Hallo, seien Sie gegrüßt. Diese 162. Folge von Lyrik für alle ist die vierte Sendung über die von den Nazis verbrannten Dichter. Beginnen möchte ich Sie mit einem Gedicht des Österreichers Erich Fried. Wenn ich eines Tages doch nach Hause kehre, steht in meiner Straße kein Haus mehr. Frag ich, wo ich meine Lieben finden kann, sehen mich alle Leute erstaunt an. Such ich auf dem Friedhof rein, auf und ab, steht auf jedem Steine Massengrab. Werd den ersten Abend kalt und sehr allein zwischen Schutt und Asche zu Hause sein. Freunde und Soldaten, wer hat das getan? Das waren eure Taten. Blickt euch selber an. Erich Fried hat sich als 16-Jähriger von Wien nach London durchgeschlagen und hat überlebt. Anders als sein Vater, der bei einem Gestapo-Verhör erschlagen wurde. Anders als zum Beispiel Ferdinand Hardekopf, ein verzweifelter Dichter, der kurz vor seinem Selbstmord einem Freund schrieb, erlauben Sie, dass ich still bin. Viele haben sich damals im Exil und in der Heimat das Leben genommen, das so hoffnungslos und ohne Sinn zu sein schien. Walter Hasenklever, der Dramatiker, der wie der Lyriker und Kunsthistoriker Karl Einstein das menschenunwürdige Leben in den französischen Internierungslager nicht mehr tragen konnte. Salomo Friedländer, Ernst Weiß, Rahel Sanzara, Franz Hessel, Walter Benjamin, dem es nicht gelang, in den Pyrenäen über die spanische Grenze zu gelangen, um Lissabon zu erreichen und damit ein Schiff in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dann Kurt Tucholsky, der seinem Leben in Schweden ein Ende machte und der schon vor der Machtübergabe an die Nazis nichts mehr veröffentlichte, weil er meinte, so tief kann man gar nicht schießen. Und dem wie Karl Kraus zu Hitler einfach nichts mehr einfiel. Dann der Verfasser einer Kulturgeschichte, der Wiener Egon Friedell, der aus dem Fenster sprang, als SS-Schergen an seiner Haustür klopften. Paul Kornfeld, Klaus Mann, der 21-jährige Eugen Gottlieb-Winkler, Josef Roth, Willi Münzenberg, Balder Olden, Ernst Toller, Stefan Zweig und viele, viele andere. Überlebt, wenn auch im Gefängnis, hat Louis Fürnberg den Faschismus. 1909 ist er in Mähren geboren und mit 48 Jahren schon in Weimar gestorben, wo er mithalf, nach dem Krieg die Goethe- und Schiller-Gedenkstätten wieder aufzubauen. Das Nussbaumblatt von Louis Fürnberg. Heute hat der Wind ein welkes Nussbaumblatt in unseren schmalen, kalten Hof getragen, der nichts als eine hohe Mauer hat. Da haben wir die Hände ausgestreckt danach, die schweigend wie den Hof durchschritten. Was so ein Blatt für Sommerwünsche weckt. Und einer fing's in seiner hohlen Hand und hielt es zart und zärtlich an die Wange. Ein Nussbaumblatt von Juliglut verbrannt. Und reicht es dem, der hinter ihm ging stumm, der küsste es. Und so im Weitergange ging es, ein welkes Blatt, geküsst reihum. Überlebt hat auch Nellie Sachs, die spätere Nobelpreisträgerin, die mit ihrer Mutter nach Schweden floh, während ihre gesamte übrige Familie im Konzentrationslager umgebracht wurde. Mit 78 Jahren ist Nellie Sachs 1970 in Stockholm gestorben. Chor der Geretteten Wir geretteten, aus deren hohlem Gebein der Tod schon seine Flöten schnitt, an deren Sehnen der Tod schon seinen Bogen strich. Unsere Leiber klingen noch nach mit ihrer verstümmelten Musik. Wir geretteten, immer noch hängen die Schlingen für unsere Hälse gedreht vor uns in der blauen Luft. Immer noch füllen sich die Stundenuhren mit unserem tropfenden Blut. Wir geretteten, immer noch essen an uns die Würmer der Angst. Unser Gestirn ist vergraben im Staub. Wir geretteten bitten euch, zeigt uns langsam eure Sonne, führt uns von Stern zu Stern im Schritt. Lasst uns das Leben leise wieder lernen. Es könnte sonst eines Vogels Lied, das Füllen des Eimers am Brunnen, unseren schlecht versiegelten Schmerz aufbrechen lassen und uns wegschäumen. Wir bitten euch, zeigt uns noch nicht einen beißenden Hund. Es könnte sein, es könnte sein, dass wir zu Staub zerfallen, vor euren Augen zerfallen in Staub. In den letzten Kriegstagen gestorben ist Albrecht Haushofer. Am 23. April 1945 wurde er im Gefängnis von Moabit erschossen. Das Gedicht, das Sie jetzt hören werden, trägt den Titel »In Fesseln« und ist das erste Gedicht einer Sammlung, die Haushofer »Moa Bitter Sonette« nannte. Und die haben eine Geschichte. Haushofers Vater war ein hoher Nazi. Er war Professor, Erfinder der Geopolitik, die Hitlers »Volk ohne Raum«-Phrasen wissenschaftlich begründen sollte. Nun, der Sohn, also Albrecht Haushofer, er war Privatdozent in Berlin, versuchte den Nazis entgegenzuwirken und so wurde er 1941 und erneut 1944 verhaftet und dann an diesem 23. April 1945 erschossen. Denn da rückten die sowjetischen Armeen auf Berlin vor und so wurden noch massenhaft Gefangene getötet. Man trieb sie zusammen und schoss blindlings auf sie so lange, bis sich niemand mehr rührte. Bei der Massener Schießung der Haushofer im Moabiter Gefängnishof zum Opfer fiel, überlebte wie durch ein Wundereingefangener, der wusste, dass Haushofer Manuskripte in seiner Jacke eingenäht hatte. Und so fand man ein zerschossenes, blutverschmiertes, zwölfseitiges, DIN A4-großes Heft. Die Moabiter Sonette. In Fesseln. Für den, der nächtlich in ihr schlafen soll, so kahl die Zelle schien, doch reich an Leben sind ihre Wände, Schuld und Schicksal weben mit grauen Schleiern ihr Gewölbe voll. Von allem Leid, das diesen Bau erfüllt, ist unter Mauerwerk und Eisengittern ein Hauch lebendig, ein geheimes Zittern, das anderer Menschen tiefe Not enthüllt. Ich bin der Erste nicht in diesem Raum, in dessen Handgelenk die Fessel schneidet, an dessen Gram sich fremder Wille weidet. Der Schlaf wird wachen, wie das wachen Traum. Indem ich lausche, spüre ich durch die Wände das Beben vieler brüderlicher Hände. Und als letztes Gedicht dieses fürchterlichen Zeitabschnitts, ein Gedicht wie aus Stein gemeißelt, ein Gedicht von Berthold Viertel, Gedenkstein 1945. Man sagt, es sterben viele um das Recht. So merkt es euch, sie sind ums Recht gestorben. Vergesst es nicht, sonst war ihr Sterben schlecht und nur am Unrecht wären sie verdorben. Man sagt, für Freiheit gaben sie ihr Blut, ein Tauschgeschäft, das sie nicht überlebten. Ihr, die ihr überlebt, merkt es euch gut. Für Freiheit haben sie ihr Blut gegeben. Der Zukunft opfernt ihre Gegenwart und mehr hat keiner, mehr nennt keiner sein, die ihr es später lest. Bedenkt es hart, denn eurer Gegenwart gilt dieser Stein. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Lutz Görner Ich sage Tschüss, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020